Ich nehm mal Twitch. Dann nehm ich Fuse. Oder willst du Fuse spielen? Knüppel? Ne, ne, ich nehm Glatze. Glatze! Glatze, Glatze! Ja, genau. Kann man gut teamkillen. Precharger, Stuncranade. Was willst du haben? Precharger? Oh ja, bitte. Hab ich auch mal, wenn ich Fuse hab. Das ist ganz praktisch. Du kannst halt wirklich immer gut Axis machen. Gut, gut Axis machen, Mann. Axis, Junge. Ah, du siehst Axis. Hier von fünf Spielern? Und der Gegner? Wir müssen eine Bombe. Falscher Lärm! Hat einen da nicht ausgewählt, wahrscheinlich. Kann sein, dass wir einen Rekrutgegner haben. Fand ich auch ganz nett, dass der Typ, als ich aus der Sehnen verpeilt habe, zu packen, warum man einen Rekrut genommen hat. Rekrut ist echt krass nachteilig, ne? Du kannst zwar alles mögliche auswählen, Waffen und so. Du hast aber nur alles um eins, ne? Ja, du hast halt auch nur, wie auch eins, ja. Achso, auch nur... Auch nur... Du hast ein Resignieren und dann hast auch nur um eins. Oh, David. Das ist, wenn Leute wissen, was ich nicht wissen, also... ...Knecke-Kur. Du machst dich besser. Ach, nein! Oh, Gott. Na, wo sind die? Äh, eins oben drüber. Ich hab grad Shift gedrückt, um schneller zu fahren, aber es hat nicht funktioniert. Nee, Knüppel-Rennwagen-Fahrer. Wenn wir einfach wirklich mal kackend reißen, einfach vorne reingehen. Ja. Was zum Teufel, war ich nicht gerade hier? Oh, ich bin nicht weit genug gefahren, alles klar. Also ist der, in der Tür ist direkt einer vorne. Nein. Ich komm mal direkt zu euch. Kann man vielleicht mit meiner Waffe auch da durchschießen? Ich hab ja auch eine HK417, 7,6 mit mir halt. Ich weiß es nicht. Boah, die Sonne scheint grad richtig blöd hier auch nicht. Was? Wow. Guck mal, versuch mal links durch die Fenster hier zu schießen. Ja, da war halt, äh... Wow, der bummst euch gut, ne? Kann das sein? Du bist ja... Der war direkt in der Tür, der steht da direkt in der Tür, in den Gang. Oh, da hat was der Licht. Oh, da. Okay. Ja, aber... Ich hin. Oh, ist das ein Single-Shot? Ja, ist klar. Starring Shock-Drone! Oh. Hm. Nevermind. Ich hätte, ich hätte auch im ehrlich zu sein nicht gedacht, dass, keine Ahnung, dass die, äh, gute AK so einen krassen Recall hat. Oh nein, der Tür ist... Oh, left the game. Unser Team? Wow, der war doch gerade so gut. Nice. Das ist eine krasse Waffe, Alter. Schöne Waffe. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn du auch hier bist. Versuch mal in den Fenstern zu bleiben, okay? Ich mach die wild und du bleibst oben auf deinen Hochstand, ja? Ja, das Problem ist, die Sonne steht so blöd, dass ich halt total schlecht was sehe. Keine Ahnung, vergiss, was ich gesagt hab. Nice. Ja, hab einen noch. Ist mega krass hier noch. Wenn du da reinkommst, direkt rechts, ist auf jeden Fall einer. Da, wo, äh, Agios ist, wo er hinzielt. Agios Marina? Mhm. Mal schön, Eklos. Da ist auch eine Zwischenwand da, ist anscheinend einer. Du triffst übrigens fast Eklos. Weißt, wo der steht? Ja, ich weiß, das ist auch gerade so ausweitet, dass ich mega die Schüsse durchkamen. Ich hab ein bisschen Angst gehabt. Wir müssen auch mit Offensiv kommen, das bringt uns nichts hier. Eine Minute noch. Ja. Ein bisschen mehr. What? Ach Gott, der lag unten am... Ich hasse das, wenn... Ach, da im Raum liegt der, der liegt direkt in der Bombe, im Raum. Keine Ahnung, weil ich nie eigentlich noch gesehen, wo er war. Ach, ich hatte doch noch einen Drohnen. Ich dachte, ich hätte die kaputt gemacht. Ah, nein, der lag da direkt links irgendwo. Links, links, links. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ach, links und rechts, da waren beide. Ah, okay. Mit der Mitte, klasse, kann ich hier nichts auf dem Level. Das ist so... Not my... Ach, die Dabler zusammen. Ja, ja. Der hat's ja durch das Loch da durchgepackt. Das hab ich nicht gecheckt, Alter. Ich nubbel. Egal, merk ich mir. Ähm... Wollen wir da ganz unten wieder? Kann man nicht machen, ja. Hm... Kann man verjäger. Er hat auch ne schöne Waffe. Goddammit, Alter. Ah, die HK417 ist echt ne gute Waffe. Also Twitch hat ne extrem geile Waffe, wirklich. Muss auch mal ausprobieren, Knüppel. Okay. Ich meine, ist ja ne schöne Waffe. Wir verstehen uns ja in Sachen Waffen. Natürlich. Wird ich auch nicht sagen, wenn ich heute Arma spiele. Drop, drop, drop. Gehen mich schnell lurken, schon nach oben. Wo man halt ganz versetzt meine Mieten setzen, wo die halt gar nicht mit rechnen würden. Wow, wer schießt denn hier? Oh, noch. So, ging ganz knapp an mir vorbei. So, genau. Wo links von hier oben kann niemand, äh, was heißt von hier oben, von, äh, von dieser Luke direkt bei unserer Bombe kann niemand reinschießen. Ich muss ja merken. Also, Granaten reinwerfen. Gott, verdammt. Klaster, klaster. Ja, oder klastern, genau. Das geht auch nicht. Okay. 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 Manchmal ist es gar nicht so falsch, aber mal direkt an der Bombe zu warten, möchte ich anhören. Gerade wenn wir jetzt nur zu 14 knüppeln, ne? Naja. Nicht, dass du mir zu 14... Ja, oben ist es zu übrigens jetzt, ne? Also, wir haben die, äh, Durchgänge reinforced oben. Okay. Hier, bei mir machen sie die Wände auch. Auf meiner Etage. Ich bete mal. Bin bei dir, Knüppel. Jo. Pass auf, du kommst jetzt gerade oben rein. Ach, ganz oben? Hm, also da, wo ich auf meiner Etage halt hier, ne? Ja, ich seh dich. Ich bin hinter dir. Okay. Ich hab jetzt hier ein bisschen gebetet. Ja, okay. Alles klar, die kommen bei mir hier. Eine hab ich. Links. Irgendwann brauchen wir Hilfe. Granat. Oh mein Gott, wie geht denn das? Ich bin gerade ein bisschen geclustert. Ich weiß nicht, wie er mich killen konnte. Der eine ist low, der hat nix mehr. War das der vielleicht? Nee, das ist noch nicht der. Plankpep hieß der oder Plankpep. Ich kann dir sagen, wenn einer da rein kommt. vorne in dem Eingang. Das war der. Ich höre ihn. Ja, nice, okay. Ich habe gerade gesagt, ich höre ihn gerade. Good job Dave. Oh, das hat mir gut gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wusste gar nicht, dass du mir Deckung geben kannst von hinten. Ach, guck mal. Kadavid, Alter! In der Zeit wäre ich 500 Mal gestorben oder hätte ich 500 Mal sterben können, Alter. Wenn du gestorben wärst, wäre ich gerannt. Okay, das ist lieb von dir. Da ich deine Kills oben gesehen habe, hab ich gesagt, alles klar. Okay, Dani geht's gut. Da ich deine Kills oben gesehen habe. Ich nehme... Hast du Glatz wieder genommen? Ah, ne. Aber dann nehme ich wieder Twitch. Die war echt cool, man. Nimmst du Fuse? Okay. Wollte ich sagen, muss ich mit der Arcade irgendwie nicht so gut klarkommen? Oh, dann nimm mir jemand anderen. Komm, dann kann ich nicht mehr. Probierst du Arcade. Okay, okay. Oh, wir haben einen neuen bekommen, sehe ich gerade. Holy shit, tatsächlich. Wow. Random belief. Das ist ziemlich lustig, dass er random dazugekommen ist. Ohne Schall. Hier, warte. Lustig, ne? Ja. Schenkelstoffe. Oh, äh... Bei mir in der Nähe hier. Äh, da ist überall alles gejampt. Ich glaube, da kommen wir nix so durch. Oh! Oh, Knüppel, hinter dir! Oh, shit. Oh mein Gott, Alter. Der Typ war richtig committed, mich umzubringen. Ahem. Oha, Knüppel, Alter. Ist ziemlich gut. Mach nicht zu viel Krach. Ne, ich bleib jetzt einfach hier und wenn wir was sehen müssen, dann steigen wir einfach hoch. Kannst du so hochfahren. Du kannst ruhig hochfahren. Also auch permanent so. Oh, what the fuck? Okay. Was? Was ist das denn? Okay, wo ist die Bombe? Vorne? Hinten? Mitte? Vorne, glaub ich, wenn ich das richtig sehe. Warte, ich überlege, ich bin reingefahren, bin links gefahren. Ja, stimmt. Ja, nicht da, wo sie uns eben schon blatt gemacht haben, weil sie denken, ich bin mir von vorne an. Ja, Mann. Das macht nix. Diesmal haben wir sie blatt. Hier unten rum rein. Oh, ich hab den Diffuser, merk ich gerade. Ich bin hinter dir. Bring dich wieder, ja. Oh, ja. Wait, 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 random believe. Oh mein Gott, oh mein Gott, du wahnsinniger. Oh mein Gott, du bist so ein Nude. Dahinter ist ein Ding, was ich kaputt machen wollte und jetzt liegt deine scheiß Leiche im Weg. Ich hasse den Typen jetzt schon mal. Nice. Wie er mir jetzt einfach in Schuss geraden ist. Ich kann mit der AK nicht so gut spielen. Bam. Was ist denn mit dem los? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wer? Nein. what the fuck alter du dreckiges mist game oh mein gott ich bin so pisst granate c4 c4 der ist fast tot was ein pferd ich wollte sagen mach ruhig david aber tschuldigung ich war nicht böse gemeint ich dachte what the fuck warum kommt ein gegner die wieder mit dem rücken entgegen ja ist klar alter ja wenn wir schon mal eine runde auffälliger haben dankeschön i think he's walling this time for sure nimmst kapkan ich nehm kapkan ja ich will jetzt hier zerreißen gut dann spiel ich auf safe nehm wieder hier ruck keine experimente ähm was kapkan kapkan ja ne nehm einfach irgendwas da bitte ne nehm ich mute hm was denn gut ich glaub executed office oder keine ahme meeting office exodus ist das was was die jetzt hatten ich sag mal so weil man sich schon es gibt halt ziemlich viele public hacks ne muss man dazu naja egal passiert wer weiß wer weiß vielleicht macht ja noch ein pakt so vielleicht hoffentlich auch wieder in der deathcamp diese inseln bei uns sind ja okay mach easy knüppel ich raste gleich aus wo ist der äh wir brauchen mal ganz kurz ne verstärkung hier äh bei mir gerade hier ich zeig dir wo david genau hier die und die haben direkt die links also quasi das l ich hab nur noch eine wo hier neben genau oder was ja und hier und hier sind auch zwei sachen aus dem weg aus dem weg der random belief ist echt nicht so guter spiel müsste aufpassen david du bist mutt ne kannst du deine sachen aufheben und woanders passen äh passt schon passt schon passt schon ja du kannst hier relativ wenig machen gut relativ kannst halt die den vorsprung der dings aufhalten der drohnen so ein bisschen oh 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 bitte kurz job noch einer noch einer noch einer hier bei mir und zu dem helft hier ist oben ja also bei mir ist noch einer vorne beim cockpit ist einer beim cockpit eingang noch einer oder zwei ich kann es nicht nur sagen still bei mir ich will weiter weg gehen david du stehst direkt davor ich will weiter weg gehen david du stehst direkt davor achso ok ich hab noch 4 hp ok der sheet hat er verloren oh mein gott du idiot haha what the fuck oh die breached über mich ich bin down ich lieg am boden ich hab ihn gekillt der gebreached hat ok ich lieg hier unten ko ja david ist er oben das schild gewesen knüppel ne ne kann ich nicht sehen david nein what neige scheiße ok wo ist denn der oben oben ja da wo er durchgebreached wurde krass alter der hat mich gut prefight äh der ist ähm ich sehe ihn gerade ich kann den ich kann den markieren warte ich äh cockpit 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 wenn es hilft dir markiere ich hier nicht markiere ich hier nicht cockpit genau ok der ist jetzt oben direkt rechts vermutlich wenn du hoch guckst ich hoffe du warst das genau da genau da genau da genau da da war der gerade genau da pass auf der aim ist bestimmt ab der war bestimmt auch an ich warte einfach hat irgendwas getroppt gerade kann ich sagen vielleicht runter nein ne er hat er ist runter er ist runter fast schon bei der bombe guck den gun guck den gun entlang da genau da da muss er kommen da links what ich war doch wohl voll offen ne dann ist er woanders sorry dann perspektive ist für mich durcheinander gekommen ja ich weiß man die kameras ist auch extrem schwer muss man sagen ich war mir gerade nicht sicher ob es wieder ein feind ist oder nicht weil dieses blöde zeichen da überm kopf war mhm Musik ich hab das gefühl der eine spiel nicht sauber na das schon weiß ich nicht vielleicht vielleicht kommt der äh soll ich termeide spielen achso kannst du gerne machen dann nehm ich nochmal firing iron oder warte warte dann nehm ich twitch wieder so ok oder möchtest du ne ne ist ok dann spiel ich gerne termite ich mach die waffe halt mega gerne ok Guck mal, der Typ ist wieder da draußen. Was ist los, Alter? Ja, kein Wunder, Alter. Gerade ist er einfach zu seiner Tür hingegangen und hat einfach so einen Breach-Charge angebracht. Ja, ich hab's gesehen, ey. Ich hab gedacht, er hat Breacher, okay. Ich hab gedacht, er wäre einfach reingerannt. Ich hab ihm auch zugetraut. Waldholz, die haben halt um seine Füße gesehen und haben ihn halt, ne, die Hacken durchgeschossen. Das ist sogar echt, dass ich mich genau darunter verstecke, gerade in dem Moment, wo ich so angeschossen wurde, muss ich genau durchbrechen mit Termite. Äh. Ja. Ich bin schon wieder vorne, also entweder ganz vorne oder da, wo wir sonst auch waren. Schade, das ist ganz oben. Ich glaube, die sind gerade ganz vorne. Ganz, ganz oben? Nein, das wäre unfair, ne? Kannst ja nirgends so durchbrechen. Ja, die sind wieder ganz, ganz oben. Wow, okay, da sind sie alle. Fuck, ja, da sind sie garantiert sogar. Ah, okay, alles klar. Ich weiß nicht, ich glaube, den Standardweg gehe ich wieder. Kann man gut pixelen. Seht ihr das? Also, ein Typ ist so relativ weit draußen, ne? Ah, das heißt relativ weit draußen? Du meinst der Lörg? Ja. Ja. Ist klar. Ich habe wieder eine gute Position. Äh, könnte irgendjemand, ich weiß nicht, der ein bisschen zuverlässiger ist, den Kram mitnehmen, weil ich werde vermutlich gleich direkt draufgehen hier vorne. Äh. Wow, wie er instant an mir vorbeiläuft, danke. Du hast noch nichts gesagt. Entschuldigung. Ja, aber ich dachte, weil ich gerade neben dir stand. Oh nein, nein. Oh, ich muss einfach drüberlaufen, okay. Ich kann doch keine Gedanken lesen. Kann jemand, der ein bisschen zuverlässiger, er läuft straight an mir vorbei. Ach so, ja. Ich mach mal, ich mach mal hier unten drauf. Wie gesagt, wäre ich nicht an mir vorbeigelaufen, muss das so sein. Seid ihr alle, seid ihr alle mehr oder weniger in Position? Ähm. Ja, warte mal. Ne, ich mein hier unten die Tür, deswegen. Dann sind die ein bisschen abgelenkt von oben. Warte, ich kann nochmal kurz peaken für dich, Daniel. Kleinen Moment. Warte, 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 ich weiß woanders. Ich mach meine Drohne an. Man kann tatsächlich nicht mit der HK417 mal durchschießen. Drei Stück, äh, drei Stück direkt bei dir, äh, vor dem Eingang bei dir, Daniel. Drei Stück. In dem Raum. Das klingt wie, wie so eine Angabe, die man in DayZ machen würde und die mich beunruft. Ähm. Ich seh die halt, oder? Ähm, David, einer ist direkt über dir, im Endeffekt. Mhm. Bin gerade durch die Wand, äh, glitschen sehend, leider Gottes. Äh. Oh, okay. Also da kannst du jetzt gerade gehen. Da kannst du, ja genau, lass auf. Ja. Ist ja ein guter mitgegeben, oder? Hälfte. Weiß nicht, ob ich den getroffen hab. Ja, ein zweiter. Ich bin so weit weg von allem. Also ich kann gerne mal für dich komplett markieren, Daniel, wenn du möchtest. Warte. Drone spinning up. Drei Minuten. Okay, shit, ja, äh, ne brauchst du nicht, Alter. Wir brauchen irgendwo einen Pick, die müssen hier irgendwie die Aufmerksamkeit wegbekommen von dieser scheiß Tür. Wenn die ja nicht dumm pieken, dann krieg ich die ja nicht. Ne, ich kann die vorne nicht durch, tut mir leid. Wir müssen, wir müssen so schnell handeln, auf jeden Fall. Ja. Und ich muss den Aufmerksamkeit noch mal starten. Geht's. Mach, geh knöpig, go, go. Ja, pass auf, der eine ist hier halt, ähm, genau über uns ist halt so ein Loch in der Wand. Ja. Da schießt der durch. Warte, ich hab Granaten. Geh mal, geh mal lieber ganz weit weg. Ja, pass schon, pass schon, pass schon, ich deck dich. Hat geklappt? Oh nein, da hat einer diese Granaten, ich mach Granaten kaputt. Das ist so unrealistisch, sorry, aber. Ey, pass mal auf, dass niemand da oben piekt. Okay, dann piek ich einmal hier durch. Okay. Das Loch. Denk ihn ein bisschen ab. Ich hab ihn gesehen, warte, warte. Okay. 50, 40. Ich glaube, ich kriege irgendwas gebetet. Okay, einer ist hier, wenn wir links um die Ecke gehen. Dann mach, mach du das links, ich guck weiter ins Loch. Weil hier ist bestimmt noch einer. Hab einen. Good job, weiter, weiter, weiter. Oh, hier ist noch einer direkt hinter dem Schild. Warte, warte. Hab ich. Nice, Leute. Wow, wie hab ich ein Ding gekriegt. Ich glaube, der lag im Boden. Ja. Ich hab, weil ich hab reingeklastert von oben. Ich bin ganz hoch ins Cockpit. Oh, nice. Boah, das war echt schwer, da reinzukommen, ne? Oh, feinlige Scheiße. Die haben das alles auch gut gehalten. Matchpoint. Die haben aber den Rest des Schiffs halt komplett ignoriert, ne? Ja. Das war halt nicht so. Das Flugschiff, David. Das Flugschiff. Das Flugschreibgerät. Nein, weil ich konnte halt ohne Probleme, bin ich halt hochgegangen ins Cockpit. Hab geguckt, so, ey, cool. Da kannst du reingeklastern. Einfach reingeklastern und hör nur Schreie. Wieder Meeting Office? Boah, vor allem zu viert haben wir die platt gemacht, ne? Muss man dazu sagen. Ja, Mann. Boah, Gott, Alter, das ist challenging auf jeden Fall jetzt. Ey, vor allem, dass ich nicht draufgegangen bin vorhin an dem Typen Schild, weil der stellt das Schild auf, ne? Und ich denke, okay, alles klar, pre-fire, halt so drauf. Stimmt nicht, kriegt Damage, okay, renne ich weg. Boah. Nicht einmal gehört durch Sipf gerannt. Das Raumschiff. Was sind wir denn hier? Oh mein Gott, hier ist die Bombe. Oh, wir haben ernsthaft Probleme, Jungs, möchte ich anmerken. Äh, wir haben nämlich, wir brauchen auf jeden Fall irgendjemanden, der hier vorne mit direkt die Tür abaimt. Ansonsten gehen die hier rein und sind direkt drin. Äh, ja. Äh, ja, ich, ich meld mich mal direkt freiwillig hierbei, weil, ne, weil unscheißes kissen nicht hin sonst, ne? Die bummen dich. Ja, das ist schon richtig challenging. Oh Gott, das ist richtig dumm. Gut, dann gehe ich nicht weit weg, dann gehe ich hier relativ in der Nähe löpfen. Ah, es geht schon aus. Wir brauchen auf jeden Fall jemanden hier vorne. Ja, ich bin hier neben, Tom, nehme die Tür ab. Boah, wenn wir jetzt Bandit hätten, das wäre so gut. Können wir da vorne nämlich das Link, das kann man nicht unter Strom setzen. Mich stört das, wenn ich, äh, mich nach rechts oder links lehne, dass ich nicht tiefer bin, sondern die gleiche Höhe habe, als wenn ich stehe. Ja. Das ist so dumm. Dieses fiese Casual-Game. Äh, da ist so ein Gerät an, damit soll ich kaputt machen? Nein! Äh, bei mir ist direkt durchgebringt, ich brauche Hilfe! Die sind direkt hier bei der Bombe, Knüppel. Du musst hier hinkommen. Okay, ich komme, ich komme, ich komme. Ich bin hinter dir. Kommt ein Schild bestimmt jetzt direkt runter. Ja, wenn die da runterkommen, wenn die nicht wechseln. Die werden hier runterkommen. Ich höre da oben Schilde. Kannst du ganz oben hingehen, Knüppel, ganz ganz oben? Ja, ja, okay, okay, okay. Granaten fliegen. Schild, 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 Schild. Ist dann schon unten. Auf Bombspot. Der soll endlich das Schild wegnehmen. Die sind direkt bei der Bombe, die können Diffuser platten. Fuck you man, wo bist du? Ich bin blind, ich bin blind des Todes, ich habe keine Ahnung wo der Gegner ist. Du bist tot. Wo war der denn? Der war weg. Hast du sogar gesehen, was er für eine Bewegung gemacht hat? Nee, ich habe gar nichts gesehen. Nur deswegen brauchen wir dich hier vorne, oder ganz oben, oder ganz ganz schnell irgendwie. Das ist ganz wichtig. Deswegen hatte ich auch gemeint, dass es zu kompliziert ist. Ja. Ich hatte übrigens gedacht, dass das Schild, was ich da gesehen habe, dass das ein statisches Schild ist. Das Problem war, er hat sein Schild runtergenommen, als er auf mich geschossen hat. Ich war halt Höhe auf seinem Kopf, aber anscheinend nicht hoch genug. Ach der Typ, Mann, der mit uns mitspielt, der ist aber auch ein kleiner Nichtspeiler, muss man ganz ehrlich sagen so. Das nächste Mal, gerade wenn wir zum 14 knüpfen, direkt bei mir bleiben, bitte. Boah, das war so eine richtig fiese Position. Oder, wir machen das so wie die eine Runde, ich gehe halt wieder oben beim Cockpit in der Nähe. Weißt du, wenn die versuchen wieder oben durchzukommen, dann... Genau, wenn wir zum 14 sind und das machen, dann musst du immer ganz ganz oben lurken. Alles klar. Alles klar. Ich denke so anders. Boah, das ist so dumm gewesen. Ich fühle mich gerade so richtig hilflos. Plötzlich... Ich hockte in meiner Ecke und habe so die Tür abgegeben und plötzlich quasi sprengen die oben durch. Und dann... Was soll ich tun? Weil die fallen ja auch eine Lichtgeschwindigkeit hier in den Spielen. Oh. Leck. Gefunden. Vorne wieder. Also gleich Position wie eben. Oh nice, diesmal haben sie genau die Scheißbombe genauso wie hier. Das können wir ausnutzen. Ja gut, wir haben die ganze Zeit schon die Brombe, oder? Sicher die. Ja, wir haben halt vermutlich noch nicht bewusst wahrgenommen, dass die Brombe da liegt, ey. Ah, das ist... Gefühlt damit ist auch immer unterschiedlich. Also, so subjektive Wahrnehmung. Wir müssen dann von oben durch, Knüppel. Äh, nimm auf jeden Fall ein Schild da... Äh, shit. Zu spät. Meh. Ein Schild wäre gut gewesen. Ja, aber... Kann rein clustern. Wenn wir über oben kommen. Einer ist ganz vorne im Cockpit momentan. Mhm. Mhm. 2. Wahrscheinlich, ja. Allein wieder an der Ecke hocken. Ich versuch den Pick zu holen, ja. Ah, ich geh einfach direkt von hinten rein. Ich guck mal ganz kurz mit meiner Drohne, dann kann ich dir sagen ob da Füße sind oder wo. Von Kaliber her müsste ich da durchkommen. Füße seh ich grad keine. Ich peek mal ganz kurz mit meiner Drohne. Direkt rechts klaus liegt einer. Einer steht jetzt... Er ist genau vor der Tür. Äh. Hinter dem Schild, also Schild direkt. Okay. Doch nicht so genau vor der Tür, ne? Ne, ich hab das reingemacht. Ne, ich hab das reingemacht. Also ich hab die kaputt gemacht jetzt. Drei Stück. Einer ziemlich close rechts. Ah, hier ist ein Tachanka, äh, Dingsbums. Er steht hier an dem... Ernsthaft? Ja, ja. Ja, ja. Alles gut für mich. Ist ein Loch. Da steht einer. Da steht einer. Na, also einer ist ganz vorne drin. Und der andere ist halt direkt hinter so einem Tachanka Ding. Einer steht close rechts. Nice. Tachanka down. Bin am Cockpit. Ach, what the fuck, Alter. Ich bin down. Ich brauch Hilfe hier vorne. Oh Gott, shit. Warum haben wir kein Teammate hinter mir? Ich war hinter dir. Ja, er hat mich gerusht. Hast du ihn getötet? Äh, nein. Ja, okay. Hättest du vielleicht mal machen sollen. Boah, nice. Er hat einen guten Headshot gegeben. Es sind nur noch zwei Gegner. Ja, einer ist Cockpit. Er hat irgendwie... Das kannst du nicht machen. Ja, das hätte ich jetzt vorstellen. Habe ich Cockpit ist down. Du hast der eine... Hier, warte mal. Wer hat den Diffuser von euch? Ich hab den Diffuser. Einer ist noch im Cockpit vorne drin. Der hat das gerade eine Mine gegeben. Ja, dann renn außen rum einmal kurz. Und dann hast du genügend Zeit. Und dann plant bei B. Dann sichern die Jungs das so lange. Okay. Ja, der Mist. Versuch einfach direkt zu deinem Maid zu kommen. Äh, der... Also der AE-Gloss-Typ. Wo ist denn... Ja. Wer ist drin? Der ist bei B und nicht mehr bei A. Der ist bei B und nicht mehr bei A. What the fuck, wo ist der? 101, 101, 101. Der ist direkt da im Raum. Flamute dich rechts. Kannst ruhig wallbangen da. Rechts durch das Ding, oder? Ich weiß noch nicht wo der ist, das ist ein Problem. In dem Raum. Flamute ich jetzt auch im Flur, ehrlich gesagt. Der hat einen Shotgun, denk dran. Der kriecht da irgendwo noch rum. Der muss weitergehen, der sieht dich vielleicht. Da ist er! Und auch David. Millisekunden. Er hat in der 1 von 1 Shot. Instant. Äh, also was ich meinte ist, Knüppel, hättest du mir lieber kennen. Wenn ich down gehe, ne? Dann ist doch klar, dass die quasi einfach raus rushen, um mich kurz zu töten. Ey, weil du halt schon so weit unten an der Treppe lagst, dachte ich eigentlich nicht, dass du so weit, dass er dich überhaupt noch da trifft. Das war, du lagst bei mir halt total nicht mehr in seinem Sichtfeld. Ja, ich lag ja auch nicht in seinem Sichtfeld, deswegen ist er ja rausgerannt, damit ich in seinem Sichtfeld wieder bin und hat mir in das Gesicht geschossen. Worauf ich noch aus möchte ist, Knüppel? Du Teamkiller und Anti-Manager. Nein, einfach das nächste Mal, keine Ahnung, vielleicht schon direkt hochrennen, weißt du? Weil die kommen halt immer. Hast du Barbed Ryer, irgendeiner von uns? Ähm. Weil dann nehm ich Bandit. Weiß nicht, was ich jetzt nehmen soll. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, ich nehm einfach, äh... Achso, ich hab Kapkan genommen, ne? Sorry man. Was gab's denn du noch mal, du hast was gemacht? Jäger, ich hab nix anderes. Ja, ist auch gut. Dann gute Waffe. Naja. Hat er wirklich? Ich mag die aber nicht, wenn man 16. Ach Gott, die A-Bombe ist, äh... Weiß nicht mal, was der kann. Wenn du so Dinger da machst, wohnst deine Granaten auf. Hier看到alteiteden von Tile. と-do-do-do-do-do. Der DIN vostra! Hier! O.O.O.O.O.O.O! Er actorgerät, als N rainy die Infobox Glee! Ihrstockertinen von Samuerlosen! Berlin! Objectgerät! fack man hab ich schon alles gemacht ich weiss nicht ob ich schon alles gesichert hab was ich sichern kann wo kommst das hier? warum? Fiesel ist bei A halt einfach direkt reinkommen wir sind direkt bei der Bombe hier bei mir in der Nähe du wirst weit außerhalb der Rechtern ne ich bin kurz vor B halt wir sind alle eingecastelt hier wir können hier nicht raus ist ok ist ok die wollen zu B ja die wollen zu B die stehen davor oh David Schiss gehabt die kommen hier rein die sind drin schon ich hab zwei ok Schild ist noch bei mir hier Schilder hantet mich noch ein Schild down wie viele Schilder haben die? die haben drei Schilder oder so handet dich immer noch? Fragezeichen? nein jetzt nicht mehr aber close hinter mir bis oben unten ich bin ganz oben beim Cockpit gerade hochgelaufen der ist aber noch ganz in der Nähe bei mir hier der ist hier bei mir er liegt down fast am Boden er ist halt angehittet ne jetzt hits kassiert aber er hat noch full life ok nice oh oh David guck dir das an alter the struggle is real guck mal jetzt holy shit oh nein warte wow die haben drei Schilde gehabt naja ey wenn die das jedes mal machen dann müssen wir immer die Leute nehmen die Nitro Cell haben definitiv ja ne 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 ich ah ist auch ne die Pus أنель nimm ich dann den Sniper die gehen immer vorne hin und die denken immer dass sie sicher sind bei den Fenstern nimmst du na gut ne Pus Pus eram's bringt ja nicht so viel also naja du doch David nimm genau das bringt extrem viel sogar weil die verstecken sich meistens halt in ihren blöden Räumen wenn du mal irgendwo ein Ding findest dann kannst du das ganze Ding halt den Erdboden ne ja das Problem ist die haben es gerade zugemacht halt ne Beim zweiten mal waren sie nicht so boof du bist eigentlich unser fünfter Mann near möchte ich mal anmerken jaja Ich bin die ganze Zeit zu viert, aber halten wir uns gut. Ganz ehrlich, zu viert. Oh, die unten? Oh mein Gott, natürlich. Wenn ich einen Sniper auswähle, ne? In Cargo Bay sind die. Ja, direkt gefunden. Fuck. Ach Gott, ey. Ja, das Fuse-Up extrem gut, Mensch. Ja, die Möglichkeiten, ne? Mhm. Mich das aufregt. Wir haben halt auch den Egglos, der hin und wieder aimt ganz gut, aber vom Prinzip her kann man sich nicht auf seine Aktion verlassen. Der ist viel zu unberechenbar. Wow, Klippel. 20 Sekunden. Oh, nice. Oh, nicht, nicht bewegen, nicht bewegen. 5 Sekunden. Es hat nie die Dinger da rausgekommen. Das ist schon, what the fuck, Mann. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ja. Zeig mal. Du hast eine Bombe gefunden. Geh deinen Weg zu seiner Location und defuse es. Ah. Drone ist weg. Geh noch mal kurz ein Blick. Oh, nice. Wollte ich ja nicht. Ja, ich bin hinten am Eingang. Ey, wir brauchen mal jemanden, der breachen kann. Komm mal her, Klippel. Okay. Über mich, ne? Ja. Ja. Guck mal, da, wo die Smoke liegt, da kannst du deine Termite Charge anbringen. Warte. Oh. Oh, Klippel. Warte. Jetzt noch mal. Jetzt. Jetzt, jetzt, ja. Und dann abstand natürlich. Ich hab die Smoke nicht genuropfen, das häng ich Klippel gesagt. Okay, dann lass das erstmal in Ruhe. Dann brauchen wir gar nicht, gar nicht biegen. Klaß abgelenkt. Wir haben echt 5 Schaden gemacht mit der Granate? Ja, ich hab die ja gegen deinen Rücken geworfen. Ja. Das macht bestimmt ganz doll Aua. Ja. Dann kann ich dann nicht rein snipen. Okay. Irgendwo Picks bekommen, das ist das Wichtigste. Ich klasse bei A rein. Ja, die steppen halt hier alle bei diesem Cargo Bay. Hin und her hier. Sind sie hier unterwegs. Ja, du triffst einen, definitiv. Der ist down. Hab eigentlich hittet. Wollte es gerade sagen. Good job, Dave, Alter. Hammer. Und zweiter Cluster? Kommt bei A rein? Nein, 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 noch nicht. Jetzt. Ah, ja, du hast gehittet auf jeden Fall. Der hat Beine auf jeden Fall angetötet. So, und jetzt werden die ein bisschen... Oh, what the fuck. Nice. Ich hab mal ein Loch reingemacht, um die abzulenken. Mhm. Ich hab Bock, dass einer backstabt. Ich glaube, es kommt gerade einer. Er kann mir kaum wieder runtergehen, wie wir durch das Tor, was wir gemacht haben. Okay. Mach gut, Terror, mach dir mal. 1,50. Wenn du durch die Tür gehst, direkt links, kannst du eigentlich pre-file. Sitz im Gang. Warte, ich markiere ihn dir einmal kurz. Ja. Mach dich bereit. Warte, du bist noch nicht oben, ne? Warte. Nein, noch nicht. Der sitzt ja nicht mehr. Markier. Markiert da. Okay, ich komme runter. Ah, shit. Bei B ist einer direkt. Lockt an B, hockt der Raffer, man. Komm hoch, Klippel. Gib mir eine Sekunde Zeit. Bin oben. Bist du schon drin? Ja, ich bin jetzt hier oben schon drin. Einer kommt links hinten durch. Durch den Ausräucher. Oh, jetzt hat ich gerade fast den AGO getötet. Mann, der kommt... Mein Gott. Du kannst nicht rausgehen. Du kannst nicht rausgehen. Hinter dir auch, Klippel. Fuck, 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 fuck. Ist der down, Klippel? Ist down, ist down, ist down. Könnte jemand defusen? Fuck, da ist direkt jemand im Raum. Ich dachte... Oh nein. Nein, 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 nein. Oh nein. Gibt es doch nicht. Ich habe den anderen noch nicht angehittet. Komm, ja, los. Versuch, mich zu treten. Ja, ja, ja. Nee, ich bin tot, ich bin tot, Digger. Nein, 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 nicht du. Er, er mich. Ja, oh mein Gott, ist der dumm. Ist der dumm. Oh mein Gott. Genau da wollte ich drauf plädieren. Alter. Haben wir jetzt gewonnen? Ja. Overtime Matchpoint. Oh mein Gott. Er weiß glaube ich nicht, dass ich down bin, so. Weißt du, so. Einfach nur auf dem Boden liege. Oh mein Gott. Ich bin da reingerushed und hatte Schiss. Da kam halt in dem Moment, kam halt einer direkt um die Ecke gepusht. Dann habe ich halt den einen hinten gekillt und den rechts habe ich gar nicht gesehen gehabt. Alter. Ey, was ein Sieg. Was ein Sieg. Wow. Jede Kleinigkeit hat übrigens darüber entschieden, ob wir gewinnen oder verlieren. Das war richtig tense. Ich war gerade richtig im Siegen-Modus. Also im Wir-müssen-Gewinnen-Modus. Auf jeden Fall. Ich hätte mich nicht zufrieden gegeben mit einem Unentschieden. Ich hätte noch einen Overtime gespielt, ne? Alter, David. Ja, gute Nacht, David, ne? Heilige Scheiß, Alter. Aber ich muss sagen, ey, ohne Scheiß, dass ich halt bei A noch einen erwischt habe, ne? Das war halt auch mega lucky, ey. Und dann beim zweiten Mal Reinklass, der nochmal einen gehittet hat. Ja, Mann. Und dann bin ich ja voll Berser gegangen. Dann habe ich ja jede Luke aufgesprengt, die mir auf dem Weg begegnet hat. Wir mussten jeden kleinen, weißt du, wir mussten um jeden Scheiß kämpfen. Das ist unglaublich gewesen, was das für ein Aufwand gerade war. Ja, vier gegen fünf die ganze Zeit, ne? Eigentlich drei gegen fünf. Obwohl der andere hat schon mal ganz gute Kills gemacht, aber... Der ist doch auch die ganze Zeit mit mir mit, das war ganz angenehm. Ja. Wie gesagt, der hat hin und wieder echt Scheiß gemacht, aber im Großen und Ganzen hat er sich schon Mühe gegeben. Boah, das war, das war, glaube ich, eines der besten Games, die wir bisher gespielt haben. War auf jeden Fall ziemlich krass, ja. Meine Fresse, Alter. Boah. Oh, ich merke mir vielleicht gerade auf, der Bandit hat ja vor allen Dingen auch, ähm, hier so ein Nitro-Handy, ne? Ja, nice, Alter. Ich spiele übrigens fast immer nur mit Kompensator. Wie macht ihr das? Ja, meistens auch. Ich habe gerade Taranka freigeschaltet. Und was läuft da für Musik? Kalinka, Kalinka. Das ist richtig geil. Das ist doof, Alter. Das war intense, sag ich mal. Nice, äh, GG und so, ne? So, Ende der Aufnahme, sagt Tschüss. Auf Wiedersehen. Bye. Wieder mit dem Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bei Dave TV. Dave TV. Boah, jetzt Dave TV, Dave TV weggenommen. Ich habe übrigens jetzt alle Operator freigeschaltet. I'm so proud of you. Me too, so. Boah, nehmt ihr die Punkte alle her? Ich stecke die alle immer in irgendwelche Scopes und andere Sachen. Das habe ich nicht gehört. Komm, wir in so eine Fläche, Alter. Jetzt kriege ich mal irgendwie so einen Discounter her, Alter. So einen Discount-Operator. Ich glaube, die ganzen guten habe ich schon. Aber ich habe halt keine Schilder, muss ich dazu sagen, ne? Boah, die habe ich auch gar nicht. Ja, doch. Achso, gar gut. Bis zum nächsten Mal.